die biomasse rein genau so das heißt jetzt mussten wir mal ein paar blätter ein paar holz sammeln hallo und herzlich willkommen zur 130 folge satisfactory ja wir warten darauf dass wir hier oben diese verstärkten rahmen kriegen da geht es noch nicht weiter aber was mich eben mal so ein bisschen irritiert hat es war ja es hieß ja stufe 7 und 8 denn stufe 6 haben wir schon ein bisschen länger stufe 7 und 8 haben wir freigeschaltet hier kommt man doch die gibt es schon die gibt es noch nicht da ist noch nichts drin wir haben sie zwar freigeschaltet aber ist es noch nichts drin ok ja ich denke mal hier diese ganzen sachen diese ganzen sachen werden wir brauchen um um dann in atomkraft weiter zu kommen für hochentwickelte ausrüstung und verbesserte gebäude alu platten ok ja wie gesagt wir brauchen erst mal diese teile hier damit es dann weitergeht gucken ob es schon ein paar fertig sind 36 das scheint jetzt recht flott zu gehen 115 von 200 so stimmt der schlepper steht da hinten noch irgendwo vielleicht sollten haben wir noch irgendwas dabei was wichtig ist was nicht kaputt gehen darf dann gucken wir doch mal wo der schlepper ist und sehen mal zu das war den mal wiederholen in der zwischenzeit haben wir dann vielleicht auch genug von den rahmen hergestellt und können uns dann überlegen was wir als nächstes dann produzieren den aluminium dieses bauxit ist das glaube ich das kommt ja schon mal hier an also nicht das aluminium selber sondern schon das fertige produkt sach dass das Fliegende Bücher. Fliegende Bücher. Fliegende Bücher. Fliegende Bücher. Die sind weg. Ich meine, wir haben sie alle weg. So, noch sechs. Eine noch. Wo ist er? Gut. 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 Wieso kann ich jetzt nicht nachladen? Ich habe keine Munition mehr oder was? Ich wusste es, ich wusste es echt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Halt, ich nehme auf jeden Fall Munition mit. Denn das war ja mein Problem eben. Ach Mensch. So, wo haben wir die Munition? Von oben oder unten? 300 Schuss. Das sollten erst mal reichen. Ja. Ja. Gut. Vielen Dank. Ja, okay. Hey, was machst du denn da? Okay. 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 habe ich so den eindruck so Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann den nicht mehr umfahren. Okay, also ab zurück und erst mal das Inventar sortieren. Inklusive reparieren und so weiter und so fort, was ihm jetzt so nötig ist. Und dann könnte man es ja nochmal von vorne versuchen. Okay. 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 So, zumindest das Inventar haben wir komplett wieder. Okay. 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 So, du fährst nicht, falls du das noch nicht gemerkt hast. Nein, ich wollte nicht einsteigen, ich wollte auf die Werkbank zugreifen. So, damit er fürs nächste Mal voll ist. So war das geplant. Okay. 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 Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Also das Jetpack nehmen wir natürlich. Dann, ähm, kommt das Bumm Bumm Ding, dann kommt das, die zum Markieren, die zum Regenerieren und die Waffe. Gut. Wir haben so ein bisschen Kleinkram noch dabei. Das kann da zum Beispiel rein. Das Ding kann da hin. Wie sieht es hier aus? Hatten wir da noch was? Nö, da hatten wir nichts. Aber da wird jetzt bestimmt, wenn wir das nächste freischalten, wird da bestimmt wieder irgendwas kommen. Genau. Wir gucken mal, wie viel wir jetzt haben. von denen hier, wir waren eine Weile unterwegs. 42. Und dann 57, also noch 43 Stück. So. Wollen wir das mal verarbeiten, was da ist. Wobei man da ja eigentlich auch so eine kleine Produktionslinie bauen könnte, wo man dann das Grünzeug rein schmeißt. Das ist Biomasse. Ja, aus Biomasse wird dann greifend gestellt und so weiter. Ja, das kann man ja alles automatisieren eigentlich. Ja. Und dann, wenn wir das fertig machen, dann das ist ja auch wirklich. Stahlbetonträger, wenn wir so viel Kram in der Tasche haben, dann bauen wir die doch. Soll ich das alles in der Tasche nehmen? hatte weiß ich nicht okay das heißt können wir dass das das wieder reinpacken die brauche ich nicht mitnehmen dass wir blödsinn eigentlich aber was ich mal machen sollte ist das ja wie gesagt es wäre vielleicht sinnvoll wenn wir hier einen container einsetzen drei container und zwar als wieso 321 wo wir den ganzen kram ganzen bio kram reinpacken gucken wir mal was material dafür haben organisation lager container so hier kommt alles an was fehlt uns da also okay dann holen wir uns erstmal so hier kommt es an und da packen wir es rein du das du 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 Vielen Dank. So, jetzt kommen Wände. Und zwar solche. Und normale Wand obendrauf. Zu steil. Das habe ich befürchtet. Da sollte es auch eigentlich hin. So. So, von hier kommt es zurück. Und nach da geht's. So. So. Dann brauchen wir diese. Wo sind sie denn? Logistik? Jawoll. Okay, da fehlen uns ein paar von denen. Dann nehmen wir mal eben alles mit. So. 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 hier kommt's. Hier kommt's alles an. dann kommt hier ein fusionator. ein fusionator. Ein fusionator. so. Ich denke mal. den hier. KI begrenz so ein motor brauchen wir. Okay, dann holen wir uns das erst mal. Ein Fusionator. Das geht alles da rein. Und jetzt brauchen wir einen intelligenten Splitter. Dafür brauchen wir wieder das Motor. Und KI-Begrenzer. Ah, das reicht. Die KI-Begrenze haben wir hier irgendwo. Nicht den programmierbaren, sondern den intelligenten. Und dann werden wir mit dem Lef. Und dann machen wir lieber das fetterm kafоров. Ist ja echt gut. Und dann kommt der R��. Okay. Ich glaube, das ist einけれ línea. Und das ist das erste stellt. Jetzt brauchen wir zwei Container. Das war Organisation, genau. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Zweimal. 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 Mittlerer Ausgang kommt Blätter. Linker Ausgang kommt Holz. Und rechter Ausgang. Alles. So, jetzt brauchen wir drei simple einfache Fabriken. Diese hier. Diese hier. Diesen Konstruktor. Einmal. Zweimal. Zweimal. Dreimal. Dreimal. Wie. Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken, in welcher Reihenfolge ich die habe. Ich denke mal sinnvollerweise schmeißen wir mal hier so ein bisschen was rein. Biomasse, Holz und Blätter. Oh ne, das sollte ich unten rollen. Wie. 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 Hä. Loch. Biomasse und Blätter. Alles angekommen. Das ist aber falsch. ouch 1 2 3 4 5 5 6 6 ok da kommt jetzt die biomasse an das ist dann richtig das heißt hier müsste jetzt hier ist blätter das heißt das wäre der biomasse aus blättern und hier muss das holz angekommen sein genau biomasse aus holz so und hier machen wir biobrennstoff wo habe ich die biomasse gelassen hier 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 machen wir einen fusionator hin zum einfachen nein logistik ist das hier 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 Ups, wasser... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das wird jetzt alles eingelagert und dann gucken wir mal, was passiert. Vielen Dank. Dann gehen wir da nochmal hin. Wir holen hier noch alles raus. Okay, die können wir nicht demontieren. Genau, weil das ja die persönliche ist, die schon am Anfang da ist, aber die hinten kann weg. Okay. 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 Hä? Nicht gut. Criterion bone. das nehmen wir mal wieder weg das ist auch ein fertige produkt das kommt weg dass das das und das kommt weg das ist ein fertig produkt das ist ein fertig produkt bauxite schwefel kalkstein rohquartz das sind alles so sachen das ist auch was fertiges ok dann bringen wir das mal alles wieder hierher denn die kiste haben wir ja noch wo wir dann hier im zweifelsfall unsere persönlichen sachen und so drin haben nämlich dass das dass das das und das und das voll der ist sehr schön jetzt gucken wir uns das ganze mal an hier da ist nichts drin und da ist nichts drin hier sind drei von fünf holz drin und hier sind acht von zehn blätter und irgendwo habe ich wieder die biomasse hingeschmissen das ist biomasse so dann kommt hier die biomasse rein genau so das heißt jetzt muss man mal ein paar blätter ein paar holz sammeln und dann Ja. Okay, da macht es natürlich Sinn erst mal das reinzupacken. Holz und Blätter. Kalkstein? Wo hat der Kalkstein her? Hier oder was? Holz und Blätter. So. Okay, dann gucken wir uns das ganze mal an. Ob das jetzt funktioniert. Schwefel brauche ich hier nicht rein. Kalkstein erst recht nicht. Bauxit auch nicht. Und Semmerz auch nicht. Und das auch nicht, das sind Rohstoffe. Ach guck mal, na guck. So, das funktioniert. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist der Holz am verarbeiten. Okay. Okay. Uuuups. Gefährlich. So. Okay, das sieht aber auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt aus. Aber wir haben mal wieder eine richtige Mammut-Folge hingekriegt. Ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da im Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.